Mein Name ist Tim Sigg, ich bin Professor hier von Mathematik. Ich bin seit September 2016 hier Professor und war aber davor schon über zehn Jahre an der Hochschule Esslingen tätig. Ich habe Mathematik und Physik tatsächlich beides studiert. Ich fand so viele Vorlesungen so erschreckend schlecht, dass ich damals schon gedacht habe, also sollte ich jemals da vorne stehen, dann würde ich es irgendwie ganz anders machen. Die Begeisterung zu vermitteln ist ein ganz wichtiger Aspekt, insbesondere in den ersten beiden Vorlesungen in Analyse. Das sind nämlich so ein bisschen Angstvorlesungen. So mehr freut es mich dann, wenn man immer mal wieder so nach dem Hagen-Semester in irgendwelche Gesichter blickt, wo man merkt, da ist jetzt echt der Funke übergesprungen. Das Besondere ist, dass man hier überhaupt Mathematik studieren kann. Also das finde ich jetzt schon mal echt richtig klasse. Das kann man nämlich gar nicht an so vielen Orten in Deutschland. Die Mathematiker haben es wirklich relativ leicht unterzukommen. Also es gibt einen ganz großen, ganz viele Möglichkeiten, wo sie nachher landen können. Bei Versicherungen oder auch bei Banken und überhaupt auch in ganz vielen Bereichen, wo man es vorher so gar nicht vermutet. Auch in ganz vielen Bereichen, die eigentlich letztlich technischer Natur sind, steckt Mathe drin und braucht noch Mathematiker. Also die Hochschule gefällt mir ausgesprochen gut. Ich fühle mich hier personell sehr wohl. Ich finde die Räumlichkeiten ausgesprochen ansprechend hier. Ich mag das Umfeld. Ich bin Stuttgarter, bin hier im Mittel- und Stuttgart. Das mag ich. Ich mag den Park hier direkt vorm Haus. Ich mache viel Musik. Ich habe so eine Jazzband, weil ich Saxophon und Klavier spiele. Und dann kam es so, da kam ich so ein bisschen wie die Jungfrau zum Kind, zu so einem Kabarettabend. Das kam so gut an, dass ich mittlerweile das mehr und mehr ausgebaut habe. Und toure ich so ein bisschen hier durch die Lande. Und das ist erstaunlicherweise doch auch eine ganz gute Werbung für die Mathematik. Ich bin Mathe-Prof. Da haben wir es schon nicht mit dieser Reaktion gewöhnt. Und das macht mir auch echt sehr große Freude.